Schlaf ist einer der wichtigsten Bestandteile unseres Lebens. Im Schlaf verarbeiten wir die Erlebnisse des Tages, erholen uns von Anstrengungen und kurieren uns von Krankheiten. Daher ist es vor allem im gehobenen Alter enorm wichtig, ausreichend Schlaf zu bekommen, um sich zu regenerieren. Studien zufolge leiden jedoch 6,8 Millionen der über 65-jährigen Deutschen an Schlafproblemen. Das bedeutet, man braucht lange, um einzuschlafen, wird nachts häufig wach und fühlt sich nach dem Aufwachen erschöpft statt erholt. Kennen Sie das auch? Es gibt viele Gründe für diese Schlafprobleme. Doch eine Komponente, die häufig unterschätzt wird, ist die Belastung durch Licht. Ist der Körper grell im Licht, wie von der Zimmerbeleuchtung oder dem Fernseher ausgesetzt, wird verhindert, dass das körpereigene Hormon Melatonin ausgeschüttet wird. Dieses ist jedoch essentiell, damit der Körper müde wird. Deswegen sollte man darauf achten, das richtige Ambiente zu schaffen. Die Lösung für dieses Problem ist SMEAP, denn SMEAP bietet eine intelligente Lösung für ein besseres Schlaferlebnis. Das System besteht aus zwei Komponenten. Zum einen aus einer konfigurierbaren Glühbirne und zum anderen aus einem sensitiven Teppich mit integrierten Sensoren. Nach einer einfachen Konfiguration über die intuitive und leicht verständliche Web-Oberfläche ist das System sofort einsatzbereit. SMEAP besteht aus drei Phasen, welche einzeln aktivierbar sind. Zum einen bietet SMEAP eine Einschlafhilfe. Sie stellen ein, wann Sie schlafen gehen und SMEAP dimmt im Laufe des Abends das Licht, damit Sie müde werden. Müssen Sie nachts aufstehen, erkennt SMEAP Ihren Laufweg und sorgt für eine atmosphärische Beleuchtung, ohne dass Sie einen Schalter betätigen müssen. Und möchten Sie nicht mehr von Ihrem lauten Wecker abrupt aus dem Schlaf gerissen werden, weckt SMEAP Sie sanft mit einem simulierten Sonnenaufgang. So starten Sie erholt in den Tag. Wie Sie merken, integriert sich SMEAP beinahe unbemerkt in Ihren üblichen Tagesablauf. Das bedeutet, Sie machen einfach das, was Sie immer machen und das System bietet Ihnen dennoch mehr Bequemlichkeit, eine bessere Regeneration und ein erholsames Schlaferlebnis. Probieren Sie es aus.